Wie viele Instrumente spielst du? Eins, zwei, drei oder sogar vier? Sandro Fiedrich spielt 200 Flöten und hat sich ein interessantes, modernes und erfolgreiches Business aufgebaut. Herzlich willkommen zu Tims Soundcast. Hallo Sandro. Hallo Tim. Meine erste Frage ist immer an die Leute, wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen, weil ich die Wege immer total interessant finde? Mein Name ist Sandro Friedrich. Ich arbeite als Studiomusiker für über 200 Flöten aus der ganzen Welt. So alles so ethnische Blasinstrumente. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ich habe eigentlich ursprünglich ganz eine andere Ausbildung. Ich bin ursprünglich Elektroingenieur, habe immer mal nebendran mal Musik gemacht und gefunden, es sind zwei Welten, die sehr schwer kombinierbar sind. Und ich bin wirklich 40 geworden, bis ich gefunden habe, ah, jetzt habe ich die Verbindung gefunden. Denn als Studiomusiker habe ich die technische Dimension und als Musiker dann natürlich dieses sehr Emotionale von diesen ethnischen Instrumenten. Und das ist bei diesem Job eigentlich super kombiniert. Ich finde es jetzt schon interessant, dass du sagst, mit 40 hast du erst diese richtige Kombi gefunden. Ja. Also das heißt, nicht wie viele andere, du bist jetzt schon mit 20 Jahren voll reingeprescht und hast dann dir extrem viel Know-how drauf geschafft und bist jetzt schon seit 40 Jahren ein alter Hase, sondern du bist erst sehr spät in dieses Business reingerutscht. In dieses Business der Studiomusik definitiv. Ich habe natürlich früher schon Musik gemacht. Ich habe gestartet mit alter Musik, habe in verschiedenen Bands auch gespielt, in einer Folkband mal zehn Jahre, habe dort auch viel Bühnenerfahrung gesammelt. Also das natürlich schon. Aber der ganze Job als Studiomusiker, das hat auch deshalb eigentlich erst vor circa zehn, maximal 15 Jahren wirklich angefangen, weil das steht und fällt mit den Bandbreiten des Internets. Und du musst dir vorstellen, ich habe pro Jahr vielleicht 50 bis 60 Projekte, CDs und Filme, die bei mir über den Tisch gehen. Aber das sind meistens relativ kurze Jobs, sodass es einfach so wäre, wenn ich zuerst in ein Studio anreisen müsste, das wäre einfach nicht finanzierbar. Und dann muss ich es von zu Hause machen können und dann muss ich einfach schnelles Internet haben. Ja, und du bist jetzt gerade wo? Du bist nicht in Deutschland, ne? Ich bin in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und das heißt, viele deiner Kunden, die sind aber auch gar nicht in der Nähe, sondern wirklich international. Definitiv. Also in der Schweiz habe ich relativ wenige Jobs, weil halt auch einfach der ganze Markt hier sehr klein ist. Also ich habe viele Jobs in Deutschland. Die meisten Jobs habe ich in der Zwischenzeit in England und vor allem in den USA. Was hast du denn jetzt schon für Filme gehabt, für die du eingespielt hast? Oder Produktion generell? Ja, das sind ganz viele verschiedene. Also kürzlich habe ich gerade Aufnahmen gemacht für einen IMAX-Film, in dem Hans Zimmer einen Titel geschrieben hat. Auf diesem Titel bin ich drauf. Zusammen mit Ange Roschmann, einem Slowenen. So Filme, die man vielleicht kennt. Ich habe mir hier sogar einen Spickzettel gemacht. Der Medicus, Die Päpstin. Dann habe ich Filme aus L.A. mit Michael Danner aufgenommen. Und Jeff Danner, Brad Winner. Das war ein Oscar-nominierter Animationsfilm, für den ich vor circa einem halben Jahr aufgenommen habe. Tyrant ist eine Serie dort. Billy Lynn's Long Halftime Walk. Das sind Titel, die man vielleicht hier nicht kennt, aber der Director ist Ang Lee. Das war mit Kirsten Stewart und Vin Diesel. War auch ein schöner Film. Shigeru Umebayashi ist ein Komponist, mit dem ich zwischendurch zusammenarbeite. Für den habe ich zum Beispiel aufgenommen für Crouching, Tiger, Hidden Dragon. Und das ist so jetzt die Filmschiene. Und daneben eigentlich immer stärker wird auch die Game-Musik. Da habe ich auch auf vielen verschiedenen Games eigentlich mitgespielt, die großen Spaß machen. Stimmt, Games ist ja auch immer ein immer größer werdender und wachsender Markt und auch ein sehr interessanter Markt. Und gerade weil auch in den Games ja sehr, sehr viele Epochen immer eine Rolle spielen, kann ich mir vorstellen, dass da deine Leistung auch sehr gefragt wird. Ganz genau. Und das ist irgendwie auch so, dass ich gerade so zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil früher waren ja einfach die Musikstücke der Games limitiert durch die Datenmenge. Und dann hat das irgendwie stärker zugenommen. Und in letzter Zeit ist wirklich ein starker Boom zu beobachten, dass dort auch die Budgets größer werden. Also die wollen dann wirklich echte Musiker. Und das gibt tolle Projekte. Und ich würde schätzen, dass irgendwann in den nächsten zwei Jahren der Punkt kommt, wo ich wahrscheinlich mehr Jobs über Game-Musik als über Film-Musik habe. Also es ist beruhigend, dass du sagst, dass die Budgets teilweise größer werden, weil die in einigen anderen Bereichen ja stark zurückgehen. Genau. Und es sind ja doch schon sehr, sehr coole Projekte. Wie ist das denn jetzt passiert, dass du gefragt wirst, dass die Leute dich kennen und wissen, also wenn wir hier Flöten brauchen, egal was, wir fragen den Sandro. Also ich muss dazu sagen, ich mache ziemlich viel Werbung auch über E-Mail und habe da wirklich eine große Kunden- und Interessenten-Kartei. Und ich denke, ich habe halt auch wirklich eine Marktlücke in diesem Sektor, die es verhältnismäßig einfach macht, dass man dann auch wirklich Kontakte herstellen kann, aus denen dann grundsätzlich was wird. Ich habe eine Website, powerflute.ch, auf der fast sämtliche meiner Sounds irgendwie hörbar sind. Das heißt, man kann sich dort durchklicken und wenn ein Komponist einen bestimmten Sound sucht, dann kann er dort halt wirklich auch akustisch suchen. Und das ist auch relativ ein praktisches Werkzeug, um dann hier mich zu finden. Über Google oder so, mein Ranking ist relativ hoch, weil ich halt diese Marktlücke habe und da werde ich auch gut gefunden. Das ist natürlich sehr cool. Das heißt, die Leute kommen, wenn sie auf eine Webseite gehen, können sich sofort die ganzen verschiedenen Flöten anhören und immer sagen, okay, cool, genau die Flöte brauche ich oder sich auch inspirieren lassen und sagen, okay, ich hatte keine Ahnung, dass es diese Flöte gibt, aber die hat einen super geilen Sound oder Charakter, die möchte ich jetzt haben. Genau. Also ich würde sogar sagen, fast häufiger, als dass der Komponist schon kommt, mit einem bestimmten Wunsch ist, dass er sagt, mach mir mal einen Vorschlag. Und dann schaue ich, ich kenne halt auch die Sounds im Hintergrund, schaue ich, was ich finde, was dazu passt und mache ein paar Vorschläge. Und so geht es dann halt ein bisschen hin und her. Ich fand jetzt diesen ganz anderen Aspekt noch interessant, weil du gesagt hast, du machst viel Werbung per E-Mail. Und ich mache auch sehr viel E-Mail-Marketing und habe auch digitale Produkte, die ich in einem Shop verkaufe. Und das heißt eben umso mehr, dass auch Komponisten in der heutigen Zeit sich mit solchen Tools auseinandersetzen müssen, mit Social Media, Marketing, Werbung, wie baue ich eine E-Mail-Liste auf und DSGVO und solche Geschichten. Und da scheint es ja auch ziemlich umtriebig zu sein. Definitiv. Und das letzte Jahr war ich auch sehr staunt, war eigentlich das erste Jahr, wo wirklich auch Facebook für mich Jobs generiert hat und es nicht nur irgendwie Smalltalk war. Also von dem her, definitiv muss man sich auch ein bisschen mit diesen Medien auseinandersetzen. Und für mich ist wirklich, ich muss wiederholen, eigentlich das Internet die große Chance gewesen, um überhaupt hier einsteigen zu können. Also das geht eigentlich nur dank dem Internet, während bei den meisten Musikern natürlich so ist, dass das Internet grundsätzlich Jobs vernichtet hat. Ja, das ist cool, weil du hast mich auch selber bei Facebook kontaktiert und hast geschrieben, hier, ich bin der Sandro und ich habe zig Flöten. Und insofern gut, weil ich selber eigentlich wenig bis eigentlich gar keinen jetzt kenne. Der Flöten spielt schon gar nicht so viele. Wir gehen auch nochmal genauer gleich auf die Flöten ein und werden mal was hören. Und das ist natürlich immer ganz gut, die Leute einfach mal anzuschreiben. Wahrscheinlich ist es selten so, dass sie dann direkt sagen, Jo, heute früh habe ich einen Anruf bekommen und super, dass du dich jetzt meldest. Aber du hast dich jetzt schon bei mir so ins Gehirn angebrannt, auch wenn du mir das jetzt gerade mit der Website erzählt hast, dass ich das auf keinen Fall vergessen kann. Werde ich mir nochmal angucken, mich sehr gespannt. Lass uns doch mal ein paar von deinen Flöten angucken und vor allen Dingen anhören. Okay, dann zeige ich dir doch gerne mal ein paar Flöten. Du siehst hier in dem Hintergrund schon ein paar. Tada! Die ist, glaube ich, etwa 1,70 Meter groß und sieht nicht nur exotisch aus, sondern klingt auch so. Das ist eine Fujara, eine Obertonflöte aus der Slowakei. Total interessant. Ist das auch ein Badun-Instrument? Äh, nicht wirklich. Also es ist natürlich schon so, dass grundsätzlich einfach alles auf dem Grundton aufgebaut ist, aber du machst da die verschiedenen Tonöne einfach mit dem Druck und als Badun selber ist es, ja, eher ungeeignet, aber es ist eine Note eigentlich, auf die alles aufgebaut ist. Wir bis sieben Mal überblasen. Und ich fand es auch interessant, weil das aussieht wie, wie heißt das Instrument von den Aborigines? Didgeridoo. Didgeridoo, ja. Die stehen in der anderen Ecke, habe ich auch. Ah, okay. Es hat so einen ähnlichen Klang. Du hast jetzt auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass die Mikrofonierung dafür jetzt nicht optimal ist, aber hören können wir es jetzt schon. Und jetzt sehe ich auch, wo du es so schön seitlich hältst. Im Gegensatz zum Didgeridoo sind da sogar zwei Rohre, ne? Ein großes, dickes und dann noch ein dünneres. Ganz genau. Das dünnere ist eigentlich nur die Luftzufuhr, die dann hier oben in die eigentliche Flöte reingeht, weil sonst einfach die Geometrie zu groß ist. Also da kann man gar nicht reinbleisen. Also das ist schon ein Instrument, was ich so noch nie gesehen oder gehört habe. Baust du die Instrumente teilweise selber oder kaufst du die alle, lässt du die bauen? Also heutzutage habe ich die praktisch alle aus dem Internet. Ich baue sie nicht selber, denn du musst dir vorstellen, also so ein Instrument, das ist ein Typ in der Slowakei, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat und genau weiß, wo er wie schleifen muss. Man kann irgendwelche Resultate bekommen, aber um wirklich Meisterinstrumente zu machen, da halte ich mich lieber an die Profis. Was ich allerdings mache, ist, ich modifiziere die Instrumente. Also es kann manchmal sein, dass ein Instrument ganz hervorragend klingt, aber schlecht gestimmt ist. Dann kann ich solche Dinge zum Beispiel noch nachträglich korrigieren. Und das schon, Modifikation, ja, Bau, nein. Okay, ich glaube, die anderen Instrumente sind alle kleiner, oder? Ja, da hast du Glück. Ich habe hier noch eines ausgesucht, das vor allem optisch interessant ist. Das war mal eine Ziege. Das sieht aber aus wie eine, das war mal eine mega große Ziege, oder? Ja, ja, eigentlich schon, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, das geht nicht unter Leichenschändung, wenn ich jetzt hier spiele. Der sieht fast aus wie aus einem Dinosaurier-Film. Ich habe sogar kürzlich für ein Game mit Dinosauriern vorgeschlagen. Jetzt, wie du es sagst. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe jetzt noch den zweiten Akustik-Schnipsel angehängt, weil du gesagt hast, du möchtest das unter Umständen den Zuhörern dann zur Verfügung stellen. Und da ist das zweite geeigneter. Ja, super. Genau, also für alle Leute, die jetzt zuhören, Sandro hat es schon verraten. Netterweise hat sich Sandro dazu bereit erklärt, dass alles, was er jetzt eingespielt hat, wir das allen Newsletter-Abonnenten zur Verfügung stellen können. Das heißt, das bekommt ihr in Astra einer Audioqualität dann als Download. Und dazu werde ich am Schluss dann noch einen kleinen Wettbewerb ausrufen. Kannst du auf dieser Flöte jede Skala spielen oder nur einige? Das ist so eine wirkliche Charakteristik von diesen ganzen ethnischen Instrumenten, dass die häufig sehr begrenzt sind. Also viele Instrumente sind nicht sauber in der Intonation und haben nur ganz bestimmte Skalen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb irgendwie die Orchesterinstrumente entwickelt wurden, weil die ethnischen Vorgänger da irgendwie limitiert waren in den Möglichkeiten. Und dann hat man dort halt die Möglichkeiten für sämtliche Halbtöne geschaffen, häufig aber zu Lasten des Ausdrucks. Also ich finde eine klassische Queerflöte, also ich mag sie, ich spiele sie auch, aber die Emotionalität des Ausdrucks, die hast du auf den ethnischen Vorgängern zu dehnen, zum Beispiel Traversflöten aus der Renaissance, die sind viel stärker. Das heißt, die Komponisten, die können aber auch nicht einfach sagen, hier hast du die Noten und spiel mal, sondern die müssen eigentlich im Vorfeld wissen, welche Tonarten oder Skalen du wirklich spielen kannst und welchen Umfang die jeweiligen Instrumente bieten. Ganz genau. Und dazu habe ich eben auf meiner Webseite auch Daten zu den einzelnen Instrumenten, die man dort nachschauen kann. Das ist das eine. Aber ich muss auch sagen, die meisten Komponisten, die haben die Zeit nicht, dort nachzuschauen. Die schicken mir einen Pfeil und dann sagen die mir, spiel auf dieser Flöte, in dieser Tonart, hier sind die Noten, zack. Und dann ist einfach die Erwartung, dass ich das auch hinpriemeln kann, elektronisch. Das heißt, ich habe auch wirklich, ich würde sagen, 50% meines Jobs ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Editing mit viel sehr cooler Software, mit der ich dann zum Beispiel, wenn ich eine Skala nicht hinkriege, spiele ich den Nachbarton, pitche das hin. Ich meine, Melodyne ist kein Geheimnis, das ist eine sehr bekannte Software, mit der man sehr viel hinkriegt, die man aber auch sehr, wo man viel Insiderwissen braucht, damit es mit Melodyne auch gut klingt. Und das ist nur eines von mehreren Softwares. mich zusammen. Und das ist ein weiteres Untertitelung des ZDF, 2020